Heute geht es um Krankenrückkehrgespräche. Was ist das eigentlich? Wie laufen die ab? Warum können die für Arbeitnehmer extrem gefährlich sein? Was sind die wirklichen Fallen, die man da tappen kann als Arbeitnehmer? Und wie verhält man sich optimal? Schließlich noch kann man in irgendeiner Weise den Betriebsrat beteiligen. Wann hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht? All das klären wir in diesem Video. Wenn dich solche Videos interessieren, abonniere gern den Kanal. Und wenn du ein paar Tipps brauchst, dann schau das Video bis zum Ende. Dann sage ich nochmal ganz praktisch, wie ich da rangehen würde. Aber zunächst mal fangen wir an. Was ist ein Krankenrückkehrgespräch? Also wie die genau ablaufen, was das ist, das ist sehr unternehmensweit, sehr unterschiedlich definiert. In großen Unternehmen gibt es dazu klare Leitfäden mit dem Betriebsrat vereinbart. Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht, wenn der Arbeitgeber die Krankenrückkehrgespräche systematisch führt. Wenn der mal im Einzelfall so ein Gespräch führt zwischen Tür und Anger in der Teeküche, dann sicher nicht. Aber wenn das systematisch gemacht wird als Besteck vom Arbeitgeber, dann hat er da auch ein Mitbestimmungsrecht. In den großen Unternehmen wird das so gemacht. Ja, es gibt Unternehmen, wo das sogar am ersten Tag, also nach einem Tag Krankheit schon gemacht wird. Ich glaube Opel war das, ja. Die, denn das glaube ich, Siedlergespräche und andere Unternehmen haben da jetzt jeweils unterschiedliche Regeln. Das Problem, die Tücke an diesen Krankenrückkehrgesprächen ist, dass sie nicht immer so gemacht werden, wie sie gedacht sind. Wie sind sie denn gedacht? Gedacht sind sie erstmal gut, ja, der Arbeitnehmer war arbeitsunfähig, der Arbeitgeber möchte jetzt herausfinden, woran lag das? Hat das vielleicht etwas mit dem Unternehmen zu tun? Dann kann ich mich verbessern als Arbeitgeber, kann ich irgendwelche Ursachen abstellen, kann ich die Arbeitszeiten ändern, das Arbeitspensum, muss ich das runterfahren für den Arbeitnehmer? Braucht der Arbeitnehmer mehr Unterstützung? Muss ich vielleicht mit den Kollegen reden? Hat er vielleicht mit denen Ärger mit den Kollegen? Ist der Zeitdruck zu groß, die Erwartungshaltung des Vorgesetzten? Merkst du was? Das sind alles zulässige Gründe für ein Krankenrückkehrgespräch und zulässige Erörterungsgegenstände, weil es alles betriebliche Ursachen sind. Nur, wie oft hast du schon erlebt, dass mit dieser Zielrichtung ein Krankenrückkehrgespräch geführt wird? Also, es wird aus meiner Sicht wie folgt geführt. Entweder, weil es im Unternehmen gang und gäbe ist, weil es immer geführt wird, dann ist es häufig kein Alarmsignal. Was aber nicht bedeutet, dass nicht auch in diesen Fällen Vorgesetzte, wenn sie da Informationen aus dir rausbekommen, die auch so nutzen, wie es eigentlich nicht gedacht ist. Dazu später und die Tipps dazu. Aber in der Praxis wird das häufig nicht so geführt. In der Praxis läuft es häufig so, dass der Arbeitgeber das Gespräch nutzt, um herauszukriegen, wie es um den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers auch in Zukunft bestellt ist. Warum war der so lange krank? Und natürlich interessieren den Arbeitgeber hier vor allen Dingen die Krankheitsursachen aus gesundheitlicher Sicht des Arbeitnehmers. Waren die Fehlzeiten vielleicht psychisch bedingt? War der mit der fünften Grippe krank? Ist der bei jedem Virus, der durch Unternehmen läuft, gehört der dazu den Kranken? Ja. Oder hat er vielleicht nur ein verlängertes Wochenende gebraucht und hat ihm der Urlaub nicht gereicht? All solche Dinge will der Arbeitgeber häufig in diesem Krankenrückkehrgespräch herausfinden. Und gerade wenn der Arbeitnehmer auf der Abschlussliste ist, wenn du vielleicht sowieso schon, Anführungszeichen, entsorgt werden sollst oder wenn das Unternehmen, was ja zur Zeit vielerorts der Fall ist, Stellen abbauen will, in all diesen Fällen wird der Arbeitgeber versuchen, Informationen für eine krankheitsbedingte Kündigung aus dir herauszuholen. Und das Problem ist, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer während der Erkrankung anruft, dann erlebe ich, dass das alle schon merken, da stimmt was nicht, das ist nicht gut. Ja, da sind alle von Natur aus vorsichtig. Aber wenn wir im Rückkehrgespräch, da denkt man irgendwie, ja, ist doch nett, dass ich wieder da bin. Und da sind viele zu arglos. Ja, viele Arbeitnehmer sind in dieser Situation zu arglos. Wie sollst du dich jetzt also in so einem Rückkehrgespräch verhalten? Ich würde sagen, auf jeden Fall mal nicht arglos. Geh doch einfach davon aus, dass wir möglicherweise im Krankenrückkehrgespräch der Arbeitgeber eine Kündigung vorbereitet. Was würdest du denn dann machen? Du würdest nichts zu den Krankheitsursachen in deiner Person sagen. Ja, also du würdest nichts zur Art der Erkrankung sagen. Du würdest nur die Punkte aufzählen, die am Arbeitsplatz geändert werden müssten, weil sie ursächlich für deine Erkrankung oder verlangsamte Gesundung sind oder weil sie befürchten lassen, dass du künftig wieder erkrankt wirst. Also die Gründe, die ich vorhin genannt habe, die wären tatsächlich zulässig. Die kannst du auch nennen. Vorsichtig musst du aber schon wieder sein bei der Benennung von Mobbing. Guck dir die Videos dazu an, wie gehe ich mit Mobbing um. Kann gefährlich sein. Also alles, was mit Kollegen zu tun hat oder im Vorgesetz, da musst du schon wieder sehr vorsichtig sein. Das muss gesondert überlegt werden. Das würde ich im Krankenrückkehrgespräch im Zweifel nicht machen, wenn ich mich nicht vorher habe beraten lassen. Oder wenn du hier schon ein paar Videos zum Thema geguckt hast. Auch die ganze Sache Burnout, da geht es ja sowieso, das sind ja sowieso persönliche Sachen. Sehr, sehr vorsichtig damit sein. Und noch vorsichtiger mit allen anderen Krankheitsursachen. Ja, was machst du denn jetzt, wenn der Arbeitgeber sagt, nun sagen sie doch mal, wie soll ich ihnen denn helfen, wenn sie nichts sagen kann, kann ich ihnen doch nicht helfen. Was machst du? Du sagst dazu, wenn du eine Frage nicht beantworten willst oder sie in dem Moment auch nicht so genau überblicken kannst, dann sagst du schlicht und ergreifend, dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Fertig. Wenn du einen Betriebsrat brauchst dazu, hol ihn dazu. Ja, das ist auch noch ein Punkt, dass man vielleicht sagt, ich komme jetzt hier irgendwie nicht so richtig, das läuft nicht so gut. Ja, ich möchte das Gespräch mit dem Betriebsrat vorsetzen und wenn der Arbeitgeber dir irgendwelche Dinge androht oder dich da irgendwie fertig macht oder so, vielleicht schon mit einer Kündigung wedelt oder mit einem Aufhebungsvertrag. Nimm alles zur Kenntnis. Mach dir, wenn du fertig bist, ein Gesprächsprotokoll für dich selbst. Ja, unterzeichne nichts, womit du nicht 100% einverstanden bist, also kein Gesprächsprotokoll, unterzeichne auf jeden Fall keinen Aufhebungsvertrag, ohne vorher mit einem Anwalt gesprochen zu haben. Bei Kündigung und Aufhebungsvertrag kannst du das deutschlandweit gern kostenlos und unverbindlich mit uns zunächst besprechen. Wir sagen dir, wie die entsprechenden Erfolgsaussichten sind.